Wellness kann so viel mehr sein als reine Anwendung, wenn sich Anspannung löst und die Gedanken wieder frei werden. Ruhe finden, neue Eindrücke genießen, Zeit für sich, Zeit die Dinge wieder neu zu sehen, das Gefühl von Wohlbefinden und Geborgenheit aufnehmen. Durchatmen, die belebende Atmosphäre der Salzgrotte, ist Wellness pur für die Atemwege. 180 Quadratmeter Saunalandschaft bieten Raum für ganz neue Erfahrungen. Sich wiederfinden, unendlich Zeit füreinander, Glücksmomente. Gemeinsam mit dem Partner Anwendungen genießen und den Alltag hinter sich lassen. Wählen zu können. Aus dem, was ihnen gut tut. Abwechslung durch die Vielfalt des Angebotes. Von Vitalisierendem über Bewährtes. Bis hin zu den Aroma-Erlebnisduschen. Kleine Inseln für Erfrischung und Kommunikation. Das Gespräch am Rande für neue Gedanken, neue Anregungen. Fließende Übergänge von drinnen nach draußen. Einatmen und in sich ruhend genießen. Details, die verzaubern. Köhlers Forsthaus. Tausend Gründe da zu sein.